Oh, ich fand's eigentlich cool. Und ich hoffe, mein Vater auch. Also natürlich musste er manchmal sich gegen seine Frauen durchsetzen. Vier an der Zahl. Aber er hat das schon mal ganz gut geschafft. Ja, vielleicht war er deswegen so powerful. Verzeihung. Gut, gut. Ich nehme deine Entschuldigung hiermit an. Sag mal, hättest du mich nicht anrufen können, um mir zu sagen, dass es später wird? Nein, ich war mit was sehr Wichtigem beschäftigt. Oh, bitte erspar's mir. Oh, nicht das, was du jetzt denkst. Ja, dann hättest du anrufen können. Ich zerstöre seine Lebensmittel. Eine Woche später passiert etwas, das jemand kann, um meine Lebensmittel zu zerstöre. Du weißt, was du betrachtest. A deliberate, cold-blooded murder of an innocent and animal of their body. You only know the business part of our fight. There's a private one, too. Alexander Birk has not only stolen my patent, but my wife, too. Well, I've asked myself a few times why you are so relentless against Birk. Das ist der Begrossfahrt. Ich weiß, bitte, was du jetzt we士st als durch? Ich weiß, wir sind bei der Liebe. Ich will nicht,ías und mich. Be factual, was du abhängigst? Ich weiß, pra mir, was du dich. Untertitelung des ZDF, 2020